Naja, klingt halt nicht klar, aber so weiter. Du Dreck, sagst du Bescheid. Du Dreck. Du Dreck. Du Dreck, du Dreck. Du Dreck, du Dreck. Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. 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 Das war's für heute. So mache ich ja gerne. Ach, die hängen ja auch. Lass ich das hängen, oder du? Ja, warte. Man hat halt den Saal mit da hängen. Der Lippeic. Ja, das ist ja nicht so groß. Ja. Ja, das ist ja nicht so groß. Jawohl. Ist das ok, wenn es gut ist? Ja. Na gut, er kommt rein und her. Er kommt von der Osche fest. Ja, dann geht er durch. Wo es ist? Ich will mal da oben. Ja, da hängt die Saarlöcher, da ist wieder kein Zappel mehr. Ja, nein klar. Nein, das schickt einfach. Und genau mit der Glüthenschnee. Interessant, der jüngste, was auf der Ebene steht, schneidet wieder raus. Und wieso ist das Haarlöcher nicht weitergegangen? Oh, ich zogen einen Knöper. 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 Huh? Ja. Ja. Juhu! Was? Was von den Dingen? Ja, wenn ich sie alle fünf Jahre da rauskomme. Ja. Ja. Aufpassen, Saarlöcher drauf. Ja. Dann kann man die Rolle socken. Das ist aber auch voll. Achso. Du schaust schon wieder da oben wegen den Dingigen, gell? Ja. Das Ritt wieder... Richtung Spülbaum geht. Eben, das ist noch nicht gemeint. Jetzt soll ich wieder groß da hin. Moment. Ich noch nicht. Passt nicht. Na es sich setzt. Os Jochen estélanter ist. Also es läuft hier oben. Ja, der ist ja herrlich lang. Steht gleich da gesoffen, oder was? Da bist du schon unternahmen Bäume drinnen. Ein paar Asterle aufheben, die wir nicht zurückgehen lassen. Ja, da fühlt man der Richtige schon besser. Ach so, ist der schon in der freien Beine. Ja, das ist ja so schwer. Ja, das war klar. Ja, jetzt sind wir aber die Lüfte. Er sagt da oben, frisch weiter und kann auch noch einen Wipfel umdrehen. Ja, der Gau, wie stolz man so den Schnee geringt. Na, na, was sieht, nervstlich ist er da nicht. Hast du schon mal gesehen, wo es da hinten vorgelegt bleibt? Na, na. Das Geld liegt auf der Straße und das Geld liegt im Bauch liegt. Da, na, na. Da, na, na. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Der Rest macht den Gewalt. Philipp, bist du sicher? Ha? Da, ein Tricot da ist, ne? Scheeeen Scheeeen Einen Hammer noch Rืbrr Nrm Scheeeen 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 Philipp ist weg Ja wohl Ja wohl Shane ist gegangen Losfahren Ja Kommt auch her Es ist eine Wurstmiss Ich hab ein paar Wege geladen Dann kommt man nicht nach hinten Ja nach vorne noch weh Ja nach vorne Ja 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 Bis zum nächsten Mal.